Einen wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und jetzt willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Videospiel-Charaktere-Quiz. Heute mit Jonathan, Bram und Peter. Hallo. Ich werde moderieren und wir haben von Juli 14.01 oder Slash Jule neue Charaktere bekommen. Und er hat jetzt geschrieben, vorab ein kleines Dankeschön, danke, dass ihr mit euren Videos mir und vielen anderen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Sei es durch euer Geschrei bei Wreckfest, euren lustigen und verpeilten Antworten bei 50 Fragen oder euer ansteckendes Lachen bei manchen Reacts. Ich hoffe, euch gefällt das Quiz. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Es funktioniert wieder wie folgt. Ich werde euch gleich 10 Fakten über Videospiel-Charakter sagen. Und bei Fakt Nummer 1 gibt es 10 Punkte, 9, 8, 7, 6 und so weiter. Es wird halt immer leichter, den Charakter zu erkennen. Und wir beginnen mit Nummer 1 und der Hinweis ist, der Charakter ist 24 Jahre alt. Äh, in-game. Oder vor 24 Jahren erfunden worden. Äh, ich schätze mal in-game. Okay. Das ist eine gute Frage gewesen. Das ist richtig. Aber, woher? Hier da? Lara Croft. Oh mein Gott. Das ist nicht Lara Croft. Ich muss den mal ausprobieren, ne? Ey, ich, das wäre wild. Ey, gäbe es ja 10 Punkte. Ich mache nur trotzdem durch hier, so. Bisschen leiser. Na, okay. Ähm, Tipp Nummer 2. Gebt euch immer noch 9 Punkte. Ähm, Charakter ist männlich. Oder die Figur. Und Lara Croft nochmal. Lara Croft. Ähm. Ich glaube, es ist Mario. 24 Jahre alt und männlich. Na, nix. Schade. Nö. Dann würde ich euch Tipp Nummer 3 geben. Gebt immer noch 8 Punkte. Der Zweitname lautet Benjamin oder Benjamin. Ne, Benjamin. Ach du Scheiße. Ich kann auch Benjamin sagen, aber. Ich glaube, Benjamin wäre es. Oh. Nee, der ist doch bestimmt schon über 30. Das kennen wir doch bestimmt. Nee, der ist 24. Der ist bestimmt Sergeant McTavish oder so. Oder Soap. 24 Jahre alt, männlich. Der Zweitname lautet Benjamin. Wer heißt denn Benjamin? Der Zweitname. Ja. Blümchen. Oh, Otto. Oh, ich werde da meine Rüssel reinstecken. Der ist wahrscheinlich auch nicht der Master Chief. Hallo, mein Name ist Master Benjamin Chief. Ja, genau das ist er. Chief heißt er auch. SCR, schief. Schief. Nee. I don't know, Christian. I don't know. Ja, ich höre das schon. Ich nix wissen. Für 7 Punkte sage ich euch, dass der 24-jährige männliche Benjamin in New York City lebt. Okay. Jay. Ist das Spider-Man? Ist das Peter Parker? Wie kommst du auf Benjamin? Weil der Onkel Ben heißt. Onkel Ben sein. Nein, das ist ja Wahnsinn. Das gibt... Fuck it for Jay. Das war stark. Sieben Stück an der Zahl. Okay. Wirklich nice. Die restlichen Tipps wären gewesen. Beide Eltern des Charakters sind tot. Der Charakter kämpft gegen Bösewichte im Tierkostüm. Der Charakter wächst bei seiner Tante und seinem Onkel auf. Arbeitete beim Daily Bugle. Hat eine Freundin namens MJ. Wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Wer zur Hölle ist denn Böse im Tierkostüm? Naja, der hat da ein Spinnenkostüm. Ja, der Rhino auch zum Beispiel. Kämpft gegen Bösewichte im Tierkostüm. Nee. Es gibt doch den einen in diesem Metall-Rhino-Anzug. Ach so, ja. Okay. Keine Ahnung. Die Bösewichte haben die Tierkostüme. Ja, okay. Ja. Das war Nummer 1. 1 zu 8. Null. Der hat kein Kostüm, Peter. Ja. Kein Krakenkostüm. Schon so ein bisschen. Okay, Nummer 2. Nummer 2 wird... Boah. Da bin ich gespannt. Barocroft. Tipp Nummer 1 für 10 Punkte. Da sage ich euch, der Charakter altert im Spiel um 15 Jahre. In dem... Also in dem Game. Joel. Jetzt nicht über 4 Spiele verteilt, sondern in dem Game um 15 Jahre. 15 Jahre. Das ist voll außergewöhnlich, finde ich. Ja, Joel. Das ist schon viel. Ja, Joel ist tatsächlich nicht schlecht, aber zu viel. 15 Jahre sind zu viel. Ernsthaft? Ja, meinst du den ersten oder den zweiten Teil? Ersten. Nee, da ist Ellie am Ende immer noch ganz jung. Ach so. Aber den zweiten Teil ist sie auch noch nicht. Also, wenn sie am ersten Teil... Peter. In dem Joel. In dem Joel. Du nimmst Joel und Joel ist es nicht. Scheiße. Das wäre auch richtig schwer. Der erste Teil beginnt ja sehr viel früher, also als quasi die Pandemie beginnt. Und dann macht es einen Zeitsprung. Ah ja. Ja. Auch Tipp Nummer 2 hätte vielleicht zu Joel gepasst, denn der Charakter ist Protagonist des Spiels. Oder Protagonistin. Tja, wo gibt es denn noch krasse Zeitspiele von genau 15 Jahren? FIFA. Echt? In einem FIFA-Teil, Alter? Nein. Ja, der Spieler altert vielleicht in 15 Jahren. Ey, FIFA-Manager, wenn er 15 Jahre zockt. Ja, okay, okay, okay. Wer würdest du sagen, ist beim FIFA-Manager Protagonist? Der wechselt nämlich zu Dortmund, habe ich gehört. Okay. Mal gucken, vielleicht, wenn das Video draußen ist, dann ist der Transfer schon bekannt gegeben. Ja, okay. Also, Protagonist für 8 Punkte. Äh, der Charakter ist, oder Charakterin ist einer von zwei spielbaren Charakteren. Er hat dieses Wort Charakter sehr schrecklich. Alter. Also. Alter im Spiel um 15 Jahre ist Protagonist, aber einer von zwei spielbaren Charakteren in diesem Game. Ey, der altert auch nicht so viel. Ja, da, also es schwirren einem natürlich Sachen durch den Kopf. Das finde ich schon super gute Tipps, weil, welcher altert 15 Jahre? In welchem Spiel kannst du zwei Leute spielen? Also, ich denke jetzt auf jeden Fall auch an ein Story-Game. Aber wo kannst du zwei Leute spielen? Das ist gar nicht so viel. Mein erster Gedanke war Max Payne 2. Das finde ich auch gut. Aber Max. Mona Sex meinst du? Ja, genau. Die kannst du halt spielen, aber das heißt ja nicht, dass der zweite Charakter Protagonist sein muss. Bei Spielbahnen, oder? Soll ich nicht von Max Payne auch irgendwann mal so ein Remake geben? In Max Payne 2 gibt es ja zwei spielbare Charaktere, und zwar Max und Mona, aber Max ist der Protagonist. Ja, also soll, deswegen, ich wollte nur wissen, sollte nicht, ist nicht irgendwie geplant von Max Payne auch noch so ein Remake oder so mal zu machen? Ich würde es cool finden. Finde ich auch ziemlich geil. Wenn es gut gemacht ist. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Sieben Punkte sagt euch, wir suchen einen weiblichen Charakter. Das muss Mona Sex sein. Das steht, das macht es jetzt noch viel weniger. Doch Lara Croft. Kannst du Tomb Raider noch irgendwen anders spielen? Ich glaube, es ist Raiden aus Metal Gear Solid 2. Aber der ist weiblich. Boah, Alter, das wäre so... Tifa, Jay. Was? Was? Nein. Wir suchen dir auch einen Charakter. Tifa. Kannst du da auch nicht mehr als zwei Leute spielen? Ach, du hast Tifa gesagt. Ach, lol. Ich habe auch als Tifa verstanden. Ja, tut mir leid. Ich habe wirklich Tifa verstanden. Nein, es ist nicht Tifa Lockhart. Ich habe ja auch Tifa verstanden. Ich habe auch Tifa verstanden. Tifa von Final Fantasy 7. Ja, ja, Tifa. Das muss Tifa gewesen sein. Da gibt es nämlich auch so Rückblenden. Ja, aber dann kannst du viel mehr Leute spielen. Allein im Kampf steuerst du sieben. Du spielst die steuersten. Aber es gibt ja mehr als zwei. Ja, Aris steuerst du doch... Aris oder wie die hieß, steuerst du doch auch. Okay, dann habe ich das wieder vergessen. Nein, im Kampf alleine steuerst du die doch auch. Nee, das zählt ja nicht. Also ich hatte schon steuern gedacht. Ja, das ist doch ein Steuern. Ja, nee, das ist ja nur, du drückst die Attacke. Achso. Das ist kein Steuern. Nein. Okay, pass auf. Sechs Punkte. Der weibliche Hauptcharakter, den man spielt, hat übernatürliche Kräfte. Surprise, Motherfucker. Ach, scheiße. Da wäre Lara Croft zum Beispiel raus. Also, ne, nochmal schnell. 15 Jahre, Alter, die in dem Spiel... Ja, das ist die Hauptdarstellerin aus Life is Strange 2. Max Caulfield. Ist es nicht. Kennst du deren Nachnamen? Ich weiß nicht, ob die Caulfield heißt. Ich habe das mal gespielt. Den letzten Teil allerdings nicht, aber ich meine, die ist so Max... War beim zweiten Teil die gleiche wie beim ersten Teil? Äh, nee... Nee... Hast du dann... Nee, da hast du doch die mit den blauen Haaren gespielt. Wie hießen die nochmal? Ich habe zwei gesagt, aber ist wahrscheinlich egal. Ja, fünf Punkte. Der Charakter arbeitete für den oder die CIA. Peter. Die Hauptfigur aus Control. Habe ich auch daran gedacht. What? Nee, dieses nicht. An die exakt, die habe ich auch gedacht. Ich weiß aber auch nicht, ob du da zwei Leute spielst. Ich kenne... Also, ich habe da halt nicht gespielt wirklich, deswegen... War da ein Guess. Ich guess hier voll rein, ey. Komm. Beyond Two Souls. Ich weiß aber, Ellen Page, die Frau. Ja, auf points halt, ne? Damit lasse ich durchgehen. Beyond Two Souls ist richtig. Alter, keine Ahnung. Und zwar hieß sie Jody. Jody hieß sie, ja. Ich wusste nicht mehr, wie sie ingame heißt. Jody Holmes. Damals war es noch Ellen Page. Heute Elliot Page. Ja. Nie gespielt. Das waren fünf Punkte für Bram. Geil. Ein, zwei, drei, vier... Fünf aufgeschlossen an Jonathan. Sehr schön. Ich weiß noch gar nicht. Hast du überhaupt Beyond Two Souls gespielt? Nein. Naja, habe ich gerade gesagt. Achso, den habe ich nicht gehört. Willem. Ja, der war auch dabei. Äh, wir gehen aber zu einem anderen Game. In Nummer drei. Lara Croft. Zehn Punkte. Aber das ist schon nicht schlecht. Der Charakter ist über 100 Jahre alt. Nicht Lara Croft. Okay. Über 100. Ja. Also ingame, ja? Äh, ja. Achso, ja, nee. Sonst wäre auch schwierig. Ja, aber könnte ja zum Beispiel sein, so ein erstes Bild von Mario aus dem Jahre 1909 oder so, was irgendeiner mal bei Nintendo auf so eine Karte gemalt hat, weißt du? Das ist für krass. Ich glaube, die Alter sind schon jetzt, also nachdem wir die ja auch schon einmal gerade hatten. Ne, keine Ahnung. Boah. Okay, ja. Fällt nicht mal ein Charakter ein, der 100 Jahre alt ist gerade. Ja, doch. Also so, ja. Aber. Ist bei Vampiren halt schwierig. Gut, dann gehen wir mal zu neun Punkten. Ähm. Ist über 100 Jahre alt und verfügt natürlich über magische Kräfte. Ja komm, ich sag, da ist der Protagonist aus Soul Reaver. Uh. Legacy of Cain. Ähm. Ne. Wat? Wat für Nischen kommst du jetzt an? Alter, voll die Kasterei. Station Titel. Ja, trotzdem nischig. Das ist schon lange her. Jetzt, ob man auf Soul Reaver jetzt kommt. Ich hab übrigens gerade mal geguckt, hier so Life is Strange, wie Leute heißen, hab mir Life is Strange 2 geguckt, dann steht da so, was man da macht und ich denk mir so, hä? Da kann ich mich überhaupt nicht dran. Hab ich nie gespielt. Ach ne, der heißt auch nicht, der hieß Before the Storm. Na egal. Ähm. Ne. Also, Soul Reaver ist es nicht. 100 Jahre alt, magische Kräfte und 8 Punkte kriegt ihr noch. Wenn ich sage euch, wir suchen wieder einen weiblichen Charakter. Rani aus Elden Ring. Mh, nein. Aber gut. Die ist bestimmt über 100. Weiblich über 100. Magische Kräfte. Magische Kräfte. Naja. Boah, keine Ahnung. Bei 7 Punkten sage ich dir noch, die trägt immer schwarz und weiß. Bupi Goldberg? Hey, Bayonetta. Äh, nein, aber... Trägt, glaube ich, kein weiß. Keine Ahnung. Ich glaube, die ist ganz schwarz. Weiß und schwarz. Also, das ist mir aber auch... Also, trägt immer weiß und schwarz. Ich weiß gar nicht, ob das immer gleichzeitig ist. Ach so. Tiefa würde gehen. Also, ich finde auch Bilder... Er hat roter Handschuhe. Und, äh... Ganz in weiß finde ich aber gar keins. Also, ich glaube, da ist schwarz eher mit ein bisschen weiß gemeint. Ramp. Die Hauptperson aus Nier Automata. Oh, äh, die hat irgendwie so eine Nummer, ne? Ja. Ist ein Android oder sowas. Mhm. Er ist aber nicht aus Nier Automata. Da. Äh, sechs Punkte. Oh, nice try. Jetzt bin ich sehr gespannt. Denn gesuchte, äh, magische 100 Jahre alte Charakterin, die immer schwarz und ein bisschen weiß anhat, ist geboren in Beletane. Probier ich das gerne mal kurz in TS. Denn ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Okay, dein... Mein Gott. Da sitze ich gerade auf und denkst du, was? Tja. Okay. Also, damit kann Nier mal was anfangen. Gar nicht. Nier mal recht zu fünf Punkten. Das finde ich ja schon wieder lustig, denn die schwarzen Haare des Charakters riechen nach Flieder und Stachelbeere. Oh mein Gott. Fuck you, Jay. Jennifer von Wenger... Oh mein Gott. ...Wengerberg oder sowas. Jennifer von Wengerberg. Jen. Ja. Alter. Nein, das ist richtig. Eins, zwei, drei, vier... Fünf, fünftchen für Jay. Ähm, Ex-Mitglied der Loge der Zauberinnen. Ja, hätte ich auch gewusst. Viertelelfe. Flieder und Stachelbeeren. Charakter ist nach dem Ritual unfruchtbar und ist die Geliebte eines Hexers. Sowas kennt man natürlich. Aber warum habt ihr geilen Fans eigentlich bei Belletane nicht schon reagiert? Das sagt mir tatsächlich legit nix. Das sagt mir tatsächlich legit nix. Das bereist du nicht in dem Spiel. Also hier im Wiki steht Belletane manchmal auch als Maytag. Also so wie man M-A-Y-T-A-G findet in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai statt. Ja, ist dir auch hier. Hallo, das ist ein Ritual. Das ist gar kein Ort. Das ist so ein Ort wie der Hexentanz. Es ist ein Fruchtbarkeitsfest, welches bei Sonnenuntergang am 30. beginnt und bei Sonnenaufgang am 1. endet. Oh lol. Na gut, wieder was gelernt, was gleich wieder vergessen ist. Aber ist ja noch alles drin. Da kommen noch ein paar Leute und man muss ja nur mal einen schönen Gäst erwischen. Vielleicht ja bei Nummer 4. Und ich sage euch, der Charakter oder die Charakterin ist 1914 geboren. Lara Croft. Das muss Lara Croft sein. 1914. 1914 geboren. Jack Tavish. Soap. Äh, nee. Fehler. Ich sage Blazkowicz aus Wolfenstein. Oh, nee. Boah, wann ist der denn geboren? Ähm. Dann für 9 Punkte. Ähm, biologisch, biologisch gesehen ist der Charakter 44 Jahre alt. Okay. Captain America. Er ist nicht Captain America. Ja, Steve Rogers. Nee, nee, nee. Ja, wenn du dat gesagt hättest, hättest du den Punkt gekriegt. Ja, okay. Dann hätte ich selber schon frech gefunden. Leider nicht richtig. Naja. Nee, nee, nee. Ähm. Heißt der denn biologisch gesehen nur 44? Das kann ich dir leider erst sagen, wenn wir durch sind. Da ist nämlich ein Sternchen dahinter. Es gibt Anmerkungen. Also 1914 geboren. Biologisch gesehen ist der Charakter 44 Jahre alt und für 8 Punkte sage ich euch noch, wir suchen wieder eine weibliche Person. Hm. Wer war denn da noch? In so einer komischen Kyro-Kammer. Fallout. Weiblicher Charakter. Ich habe gerade überlegt, Alter, wie dumm. Ich habe gerade überlegt, ob es eine Katze sein könnte. Nee, ein Hund. Weil ja da jedes siebte Jahr als Jahr zählt. Ja. Ja. Genau das. Über drei Ecken. Also. Alte Katze. Ähm. Okay. Also 1914 geboren. 44 Jahre biologisch alt. Charakter ist weiblich und 7 Punkte noch. Ähm. Wir reden von einer der Hauptantagonisten. Boah. Also nix hält. Das passt nicht. Jeder. Ich sage Jehova. Aus Final Fantasy 7. Nee, wie hieß die? Du hast ernsthaft, denkst du, dass die 1914 geboren wurde? Ich weiß es nicht. Das ist falsch. Die ist ja auch in so einer komischen Kammer. Ich dachte, die wird dann halt dann irgendwo dann halt da reingepackt irgendwie in den 50er Jahren und seitdem hängt die da. Als ob die reelle Jahreszahlen hätten von die mit der gleichen ne. Good point. Ich sagte, das ist die Chefsekretärin oder Sekretärin, die Assistentin auf jeden Fall von Heila aus Wolfenstein. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Frau Engel. Du meinst Frau Engel? Ja. Nee, Frau Engel ist halt nicht. Die Suche. Schade. Aber ist eine der Hauptantagonisten. Sechs Punkte, sage ich euch, denn die biologisch 44 Jahre alte Dame, 1914 geboren, Hauptantagonist, hat drei Töchter. Was? Dickie, Duckie und Duckie. Daisy Duckie. Nee, nee. Es ist nicht Daisy oder... Okay, die sind ja da noch irgendwie voll wichtig, die Töchter. Gundula Gausel. Die Töchter kommen im Spiel vor. Gundelgaukelei. Wo tötet man Töchter? Metal Gear Solid 4. Wen killst du da? Die Töchter von der einen da. Jay. Lady Dimitrescu. Lady Dimitrescu ist vom Beruf nämlich noch Gräfin ist eine Anspielung auf Bram Stokers. Dracula besitzt Schloss in Rumänien, ist 2,90 Meter groß, trinkt menschliches Blut. Die Anmerkung ist, in Wahrheit ist sie über 100 Jahre alt, wurde aber mit 44 Jahren von Mutter Miranda verwandelt. Mhm. Das sind weitere 6.4. Welches Spiel ist das? Resident Evil 8. Resident Evil Village. Genau. Unser Game-Ram. Ist das 8? Ja, das ist 8. Ja, ja, ja. Oder? Ja, da hat es dir jetzt nicht viel Schnitte mit, muss man sagen. Das stimmt, aber ich glaube, Lady Dimitrescu hat zumindest so den einen oder anderen Meme gehabt. Ihr müsst die Spiele mal spielen, die sind wirklich nice. Ja. Zu viel Angst. Ich habe im siebten Jahr angefangen, ich kann gerade nicht. Angefangen mit Hanni zusammen, sie saß auf der Couch, weil sie mag eigentlich Horrorfilme so. Ich habe angefangen, habe mich dann nicht mehr getraut, relativ schnell, habe ihr den Controller gegeben und dann hat sie sich selber auch nicht mehr getraut. Oh Gott. Als der Finger dir schon abgeschnitten wurde mit der Säge, die Hand? Nee. War es noch nicht, okay. Vorher schon, als man durch dieses Haus läuft. Da ist noch nichts passiert, aber wir hatten trotzdem zu viel Schiss. Die Atmosphäre ist schon krass. Also ich kann auch sagen, ich habe beim ersten Durchspielen ja auch, also es kommen ja auch ganz viele Situationen, wo du dir denkst, oh verdammt, keine Muni und äh und der zweite Teil, wenn du, wenn du, wenn du die Waffen freischaltest, wo du dann unendlich Munition mit hast, also quasi AK, bam, 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 der ist nicht mehr so gruselig, weil er schießt da einfach alles weg. Der achte Teil ist allerdings eher actionlastig, vielleicht nicht so, der ist nicht mehr so gruselig. Immer noch so ein bisschen gruselig. Ey, dieses, dieses Haus, also das zweite, weißt du, wo du diese, diese, in dieser Traumwelt bist, das war schon krass. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wo dieses kleine Kind dich verfolgt, war aber so ein riesen, Ja doch, oh ja doch, ja doch, die Puppe. Da wird Peter, aber den Controller sowas von wegschmeißen. Das Puppenhaus. Ja, das war richtig. Das Puppenhaus. Das Puppenhaus ist raus. Das Einzige, was ich vielleicht eine Chance gebe, ist ein Remake von dem vierten Teil, weil das ja der Beste sein soll. Ja. Ja, Peter, wenn dich dann Spanier verfolgen, ich weiß nicht, ob ich da auch Angst hast. Gucken wir mal. Hier kommt, so wie die Spielcharakter, Nummero 5 im Bunde und bei 10 Punkten, oh, wir kommen wieder auf die Größe, die scheint relevant zu sein, äh, der Charakter ist 1,83 Meter groß. Oh, das ist Lara Croft. Holy fuck, ey, ich würde nochmal drei Punkte drauflegen, weil, das kann ja jeder sein. Ey, es kann nicht Spyro sein. Kann auch nicht Master Chief sein. Das ist richtig. Kann auch nicht Lady Dimitrescu sein. Das ist Mario. Ne, wenn er Luigi. der ist doch niemals, also Mario ist doch niemals 1,83. Wir müssen ja langsam mal ein bisschen probieren. Ich sag Nathan Drake. Nein. Das ist so eine richtige Antwort. Das wäre halt so geil, wenn ich so 10er rauskomme. 13 Punkte für ihr. Ähm, ähm, hat doch nochmal ein paar. Garen aus League of Legends. Ja, der ist das. Der ist größer. 1,86. Peter? Solid Snake. Nein. Der ist größer. 1,83 könnte auch nur eine Frau sein. Auch 2,90 könnte eine Frau sein. Ja. Ich höre jetzt auf zu tippen. Also ich gehe, okay, dann gebe ich euch mal Tipp Nummer 2. Neun Punkte noch. Ähm, der Charakter ist geboren worden im August 2038. Den gibt es noch gar nicht. It's the future. Ja. Okay, jetzt dürfte es ja eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen geben. Mit der kaum Zukunftsspiele. Ja. Würde, ich weiß gar nicht, also, hm. Aber es muss ein Spiel sein. Ich weiß nicht, ob das jeder gespielt hat. Komm. Scheiße. Die Aussage hättest du eine halbe Sekunde früher treffen müssen. Ja, hey. Ich bleibe jetzt bei Commander Shepard aus Mass Effect. Commander Shepard aus Mass Effect. Habe ich sehr spät erst gespielt, ne? Aber, ähm, ne. Ich würde aber, weiß ich gar nicht, wann spielt der in Mass Effect? Spielt es? Noch mehrere, 2000, war das nicht mehrere, mehrere hunderte Jahre danach. Das geht ganz am Anfang, kommt dann der Anfangstext. Es gibt aber keinen Prequel-Teil, ne? Also, die sind 1, 2, 3 hintereinander. komischen Sachen gefunden worden. 1, 2, 3 hintereinander und Andromeda ist noch später. Andromeda ist noch mal später. Aber nicht viel. Ähm, ich würde mal interessieren, wann das spielt. Gibt es da nicht bald Remakes? What? Ne, es kam Remakes, also Remakes, Remastered raus quasi, letztes, vorletztes Jahr. Dazu gibt es sonst nichts. Peter hat ja angefangen, zumindest, ne? Die arbeiten ja an einem nächsten Teil. So krass ist das gar nicht. Also, es fängt wohl irgendwie 2183 an. Mhm. Okay, also, Tipp Nummer 3. Acht Punkte. Augen und Haarfarbe des Charakters sind braun, dunkelbraun. Mhm. Der hat so, ne? Haarfarbe ist eher so braun, dunkelbraun. Ich sage euch auch noch, dass die, der hat keine langen Haare. Glaube ich. Wow. Generischer Charakter, 35. der hinten rechts in der Ecke steht. Den kannst du nicht, äh, also ich glaube, den kannst du im Game nicht anpassen. Mir fallen super, mir fallen tatsächlich super wenige Zukunftsspiele ein, muss ich sagen, gerade. Yo, Jay. Johnny Silverhand. Der hätte lange Haare. Und schwarz. Ach, schon, die sind schwarz, ne? Samurai. Is it nicht. Das hätte passen können. 1,83 groß, 2038 geboren, braun, dunkelbraune Haare und auch Augen. Ähm, sieben Punkte bekommt ihr noch, ähm, wenn ihr erratet und ich euch sage, der trägt immer eine Uniform. Oder Uniform. Uniform oder Uniform. In Zukunft? Okay, mit Militär. Der ist 2038 geboren, wa? Ja. Ach, scheiße. Okay. Nummer 6, äh, Blüttin, ähm, sechs Punkte gibt's noch. Äh, Geburtsort des Charakters ist Detroit. Alter. Weißt du schon, ob der männlich oder weiblich ist? Ne, war? Äh, bisher noch nicht. Oder vielleicht ist das ein Hund? Vielleicht ist das auch ein Hund? Ähm, ja. Richtig stumpf. Der Hauptcharakter, den man spielt aus Detroit, become human. Weißt du den Namen da noch? Es gibt halt mehr als einen Hauptcharakter, deswegen konnte ich... äh, der, der, äh, in, äh, Grey's Anatomy, äh, 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 Jackson spielt. Also den Arzt. Okay, ich kenne Grey's Anatomy nicht. Jackson Avery spielt mit bei Beyond the Souls? Wie heißt der bei Grey's Anatomy? Detroit become human. Der spielt, da heißt er Jackson Avery. Jackson Avery. Bei, äh, Grey's Anatomy. Den gibt's auch bei, äh, Human, äh, Detroit become human. Jesse Williams heißt er. Das ist falsch. Das ist falsch, okay. Dann ist das, dann ist das die Roboterfunktion, die Roboterfrau. Die Roboterfrau. Da ist eine Frau, die ist aber in Wahrheit ein Android oder Roboter, die sich quasi... Ja, ich weiß, wie du meinst. Spoiler. Ist aber falsch. Gib frei. Okay, dann ist das der Dude, der die Revolution anführt. Der hat so, der hat keine Haare. Ach, scheiße. Der hat keine Haare. Oh, das könnte Jackson Avery sein. Der hat nämlich keine Haare. Okay, nein, also das wäre der gleiche, glaube ich, den Bram meinte. Nee, ich glaube nicht, aber weiß ich nicht. Also das wäre, also ich habe ein Bild von Jackson Avery gerade vor mir und, ähm, ich glaube, er redet von dem gleichen Dude. Und deswegen, äh, ne, 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 Obwohl ich das Spiel selbst mitsynchronisiert habe, weiß ich leider nicht, wie der Hauptcharakter aus Deus Ex heißt. Äh, äh, Also aus Deus Ex nehme ich auch nicht. Das hätten wir aber, ich glaube, den hatten wir schon mal. Das wird bestimmt einer der Figuren aus Detroit sein. Locker, aber ich, ich fand das Spiel auch wieder so kacke geschrieben, dass ich nach ein paar Stunden aufgehört habe. Moment. Ja, nie angefangen, keine Ahnung. Ähm, okay. Nächster, nächster Tipp. Der Charakter ändert seinen Charakter anhand der Entscheidungen des Spielers. Oh, mein Mensch, das ist hier die, diese 1,83 Meter große Frau. Also ich lasse der Beschreibung aktuell ja durchgehen, aber die waren halt alle nicht richtig. Ja, das ist ja dann auch richtig. Das ist die mit dem braunen, das ist die mit dem braunen Haaren und den braunen Augen. Äh, die sind ja, nee. Ich weiß es leider nicht dann. Vier Punkte dann noch. Der Charakter arbeitet für die Detroit City Police. Ah, das ist der Typ, der bei der Polizei da arbeitet. Das ist der Arbeitskollege von Jackson Avery. Okay, drei Punkte. Der Charakter ist nicht menschlich. Ja, und wir können nur die Sachen wiederholen. Das Geile ist, du gibst mir diese ganzen Hinweise, ne, und ich kann mich trotzdem nicht aus die Figur aus diesem Spiel erinnern. Das ist schade, der Charakter testet nämlich Blutspuren, indem er sie durch den Mund aufnimmt, wäre zwei Punkte. Doch, ein Hund. Und ein Punkt noch für die Modellbezeichnung des Charakters lautet RK800. Mhm. Gut, dann schließen wir den. Gesucht hätten wir Connor. Den spielt man auch in der Demo. Falls man sich erinnert, ganz am Anfang hat man noch diese Crime-Scene, die man da aufgibt. Falls ihr ein Bild von dem haben wollt, hier ist der Wiki-Artikel. Hier ist das. Ja, Bartosz und Terrasis. Nee, das ist nicht Jackson Avery. Ganz schön belastend. Aber den anderen kann man gut erkennen im Spiel, finde ich. Der heißt Brian Deckardt oder Brian Deckardt. Charaktermodell von Connor, entwickelte die Seriennummer von Connor selber. 313 ist die Vorwahl von Detroit, 248 Vorwahl seiner Heimat, 317 sein Geburtstag, 5 Familienmitglieder, 1 1er Connor. Die Zahl steigt jedes Mal, wenn Connor stirbt. Jetzt wo ich das Bild sehe von dem Spiel, da siehst du ja sogar Jackson drauf. Ja, ich meinte auch den Jackson Avery Dude. Genau, der ist Markus. Ja, da. Okay, dann vielleicht wieder die Nummer 6, da bin ich auch sehr gespannt. Für 10 Punkte da ist man nicht die Größe. Doch, es ist eine Größe, aber von seinem IQ. Und der IQ ist bei 190. Der Charakter hat 190. Der Charakter hat einen IQ von 190, Bram. Sherlock Holmes. Das ist vollkommen richtig. Alter. Oh mein Gott. Dreckscheiße. 10 Punkte für Bram, da sind sie doch. Nämlich. Charakter ist männlich, ist Brite, hatte sein Videospiel Debüt 2002 für Windows, löst Kriminalfälle, entspringt einer Romanfigur, ist erster und einziger Consulting Detective, hat einen Bruder namens Mycroft, einen Doktor und beziehungsweise als Partner und Freund und wohnt in der Baker Street 221B. Nice, das ging dann sehr schnell. Ja, gehen wir zum nächsten. Ich würde sagen, erster Tipp, offenbar das nicht voraussetzt oder immer, der Charakter ist männlich. Nicht Lara Croft. Nathan Drake könnte das jetzt sein. Nathan Drake ist das, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Oh, Peter. Nathan Drake. Nein, falsch. Verarscht ist Sir Francis Drake. Ich bin halt am Arsch. Ich finde schön, dass Nathan Drake die Lara Croft abgelöst hat. Wegen männlich. Du kannst auch jetzt ein Zehner raushauen. Ja, aber ich habe schon gefühlt, die Person, die das Quiz gemacht hat, die spielt andere Spiele als ich. Tipp, Sherlock Holmes ist es nicht. Es ist nicht Sherlock Holmes. Es ist nur Nathan Drake. Ja, neun Punkte. Es muss Nathan Drake sein, ja. Sag ich euch, der Charakter hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Könnte auch Nathan Drake sein, aber naja. Peter. Joel. Ah, Joel. Also passt beides auf den, aber wir suchen nicht Joel. Peter. Kratos. Oh. Okay, nee, Kratos ist es nicht. Ja, Atreus. Der beschützt vor allem die Götter. Kratos will aber die Welt brennend sehen. Ja, aber der beschützter Atreus. Ja, gut, okay, aber ist er nicht richtig, der tut mir an. den suchen wir leider nicht. Denn, äh, Tipp Nummer 3, beziehungsweise für 8 Punkte würde, wobei, weiß ich gar nicht, spielt man ein Spiel, wo Kratos ein Gegner ist, denn der gesuchte Charakter ist ein Gegner im Videospiel. Oh. Mit Beschützerinstinkt? Ja. Männlich, einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, ist ein Gegner im Videospiel. Könnte Liquid Snack sein. Ich drück nicht. Oh, jetzt kommt. Na gut. Dann vielleicht für 7 Punkte. Der Charakter greift aber nicht von sich aus an. Männlich, ausgeprägter Beschützerinstinkt. Ja, der wehrt sich halt wahrscheinlich nur. Genau, greift nicht von sich aus an. Jeder Boss aus irgendeiner Instanz aus WoW. Wobei, wenn du in Range kommst, greift nie an. Gibt's auch in den Souls-Spielen. Aber er ist nicht aus WoW. Das wär gemein, da gibt's so viele. Doch aus League of Legends. Ich wusste nicht. 6 Punkte. Der Charakter kommuniziert über tiefe, guturale, in Klammern kehlige Laute. Ich hab keine Ahnung, ich muss aber zur Tür. Okay. Okay, wer kehlt denn die Laute? So ungefähr, oder? Oder eher so äh, 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 Ich hab jetzt nur Schildkröte, die haben, wo es nicht ist. Ha, ha, oh, ne, äh, ne. Ra, 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 keine Ahnung, ich weiß nicht, ne. Dann, äh, der nächste Tipp, Jay sagt, er weiß es nicht, 5 Punkte. Der Charakter trägt einen Taucheranzug. Äh, what? Das könnte noch noch Liquid Snacks sein. Liquid Snacks, deswegen. Er trägt einen Taucheranzug? Ja, trägt einen Taucheranzug. Hat jemand von euch Dingsbums gespielt? Dingsbums? Subnautica? Ne. Äh, ja, ein bisschen. Wieso? Ist der Gegner vielleicht? Ne. Alter, ein Taucheranzug, das müsste man ja dann, müsste man ja eigentlich drauf können, kommen. Männlich, ausgeprägter Beschützerinstinkt, ein Gegner im Videospiel, greift aber nicht von sich aus an, kommuniziert über tiefe, kehlige Laute und trägt einen Taucheranzug. Der Dieb aus The Boys. Ja. Wir suchen immer noch Videospiele. Aber vier Punkte vielleicht. Denn, äh, jener männliche Charakter wurde willenlos gemacht. Meryl. Boah, das ist richtig schwer. Ich finde die auch richtig schwer. Dann bringt euch vielleicht der Tipp Nummer, äh, acht etwas für drei Punkte noch. Denn der Charakter trägt ein Nietengewehr. Trägt ein Nietengewehr. Boah, wie viel Pech kann man im Leben haben, ey. Wieso? Der verschießt nur Nieten. So! Ein bisschen gebraucht. Ich trinke die ganze Zeit mit einer Er hat ein Nietengewehr. Ey, scheiße, Taucheranzug, das passt schon wieder nicht. Ich weiß doch nicht, Christian. Ich weiß doch auch nicht, Christian. Dann sage ich euch den vorletzten Tipp. Da ist Jay auch wieder da. Wiederhole nochmal alle Tipps. Okay, pass auf, Jay. Männlich ausgeprägter Beschützer Instinkt. Gegner im Videospiel greift nicht von sich aus an, kommuniziert über kehlige Laute, trägt einen Taucheranzug, wurde willenlos gemacht und hat ein Nietengewehr. Jetzt kommt der vorletzte der Charakter lebt in Rapture. Jay? Big Daddy. Ja. Big Daddy. Zwei Punkte für Jay. Also Big Daddy, achso, gibt es nur einen Big Daddy quasi? Oder ist das allgemein die Big Daddies? Da steht Big Daddy aus Bioshock. Okay. Bioshock 1 nur einen? Kann sein, ja. Es gibt mehrere, aber es heißt halt einfach Big Daddy. Ja, auch wieder so ein Spiel, weil ich nicht gespielt hab. Echt krass. Ich dachte, du hast dazu gespielt. Nein. Wow. Na gut. Ich hab's angefangen, aber hat mir nicht gefallen. Die sind alle nicht so leicht. Ei, ei, ei. Aber macht ja nix. Willkommen zum nächsten Videospiel. Charakter oder Therin. Erster Tipp. Mit zehn Punkte. Der Charakter ist exzentrisch. Mann, da trifft der auf so wenige zu. Das ist jetzt nicht so das absolute Alleinstellungsmerkmal. Gebt ihr auch noch zehn Punkte. Nathan Drake. Er ist exzentrisch. Ne, so exzentrisch ist er nix. Nathan Drake wird nicht vorkommen. Oh, Mann. Das ist sehr schade. Das ist schon scheiße. Guck mal, das ist allergisch. Ich glaube, den hatten wir aber auch schon mal, oder? Ich glaube, die hier, wobei, Dimitrescu weiß ich nicht, aber den ganzen Rest hatten wir alle noch nicht. Da bin ich mir sehr sicher. Neun Punkte. Zweiter Tipp. Der Charakter mag es, Sachen zu erfinden. Croft. Exzentrisch mag es, Sachen zu erfinden. Da ist bestimmt Da Vinci aus Assassin's Creed 2. Na klar, Leonardo Da Vinci. Aber guter Guess. Der kam so aus der hinteren Ecke. Ich gehe die Spiele durch, die ich nicht gespielt habe und versuche, da die Charaktere. Das Spiel hast du gespielt. Ah, was? Okay. Dann war noch ein Tipp von Spree. Ah, okay. Also der Charakter kommt in einem Spiel vor, wo ich weiß, dass Peter das gespielt hat. Das haben wir alle gespielt. Ja, Tipp Nummer 3, 8 Punkte. Der Charakter ist weiblich. Exzentrisch, weiblich, mag es, Sachen zu erfinden, die Dorme. Kann immer noch sehr viel... Und Peter hat das Spiel gespielt. Peter hat das Spiel gespielt. Ihr auch. Ja. Diva. Diva ist falsch. Diva? Ist hier nicht eine Erfindung? Diva ist Overwatch, Peter. Achso. Schintrischer Erfinder, hm. Haben wir auf jeden Fall alle gespielt. Nächster Tipp, 7 Punkte. Da bin ich jetzt sehr gespannt, denn ich wüsste ihn nicht, aber der Charakter also sie trägt den Beinamen die Schießwütige im Deutschen scheinbar. Fass. Okay, wer gibt's denn Scheiß? Exzentrisch, mag es, Sachen zu erfinden, ist eine Frau und trägt, sie trägt den Beinamen die Schießwütige. Peter. Tiny Tina. Oh ja. Aus dem Wonderland. Leider nein. Das war gut. Nein, das war falsch, aber das war trotzdem stark. Er war trotzdem gut. Er war sehr gut. Er war trotzdem gut. Dinger, ich hab mich schon so diesen Spannungszirklehner gemacht, weil ich dachte, das ist es gewesen. Leider nein, leider nein. Boah, Peter, du bist auch gefickt worden. Weißt du, dass Sepp das Spiel auch gespielt hat? Sepp auch noch. Der hat auch noch. Nicht Gothic. Nee, nee. Nächster Tipp, 6 Punkte. Die Dame ist eine kriminelle. Sam. Catwoman. Nein. Schade. Ich hab nur gerade überlegt, ob die Sachen auf die zutreffen würden. Ach so, ich dachte gerade, wieso zügig hast du denn? Aber ich weiß nicht, ob sie die schießwütige ist. Ich glaub nicht. Ah ja, scheiße, dann hab ich schon wieder die schießwütige. Ja, also nochmal, nur so um zusammenzufassen, exzentrische Dame, die es mag, Sachen zu erfinden und den Beinamen die schießwütige trägt. eine kriminelle ist und 5 Punkte gibt's noch, denn ich sag euch jetzt, sie ist eine von 140 spielbaren Figuren. Ach du Scheiße. Jay? Wie? Why? Was? Why? Also wie? Die hat nur Handschuhe. Ich dachte, die ist... Jay? Scheiße. Jinx, nicht wie. Ich mein Jinx. Du meinst Jinx, du meinst Jinx. Ich mein... Jinx! Ja, weil du gesagt hast, die hat Handschuhe, die hat voll die fette Wumme mit Raketen und all. Das war Jinx. 15 Punkte für Jonathan. Die hat mich aber auf die falsche Fährte gelockt, Alter. Die kommt aus Zaun. Z-H-A-U-N. Oh man, fucking Leute. Charakter hat eine Schwester, der echte Name lautet... lautet... Was? Das Charakter, echter Name lautet Powder? Okay. Ja. Und ist Hauptfigur in der Serie Arcade. Ah, daher weiß man das wahrscheinlich mit Powder. So. Sehr schön. Ein Kümmer noch. Dann ist aber Schluss. Und wir kommen... Nein, ich sag mal was los. ...zu Tipp Nummer 1. Zehn Punkte. Daran musst du jetzt machen. Geht's wieder ums Alter. Und der Charakter altert im Verlauf des Games um acht Jahre. Okay. Jay. Joel. Wer? Nein. Ach, danke. Schade. Das wäre der Schritt gewesen. Das ist so schön. Jason Drake haben wir gesagt, ist der nicht dabei, ne? Der altert auch nicht in dem Spiel. Ich kann euch mal sagen, ich drehe jetzt die Tipps hier um, weißt du was? Für neun Punkte sage ich euch, der Charakter ist weiblich. Wie dreht man den Tipps um? Ja, du... Bram musst du ihn jetzt machen, um noch ersten Platz zu erreichen mit neun Punkten. Achso. Ja, aber ich weiß nicht, wer um acht Jahre sich nach vormacht und weiblich ist. Und... Habt keine Idee, Päder. Tut mir leid. Ja, mir auch. Der zählt um acht Jahre ist weiblich. Tja, dann für acht Punkte spielt man den Protagonisten oder die Protagonistin. Das ist irgendwie klar, oder? Achso, nee, Quatsch. Du kannst nur Nebencharaktere suchen. Aber die haben wir, glaube ich, nicht. Wo wird denn eine Frau... Eine Frau wird im Spiel um acht Jahre... Der ist auch schwer. In dem einen Spiel? Oder in der Spielreihe? Also hier steht altert im Verlauf des Spiels. Okay. Um acht Jahre. Sonst wäre es Clementine vielleicht. Aber wohl nicht. Ist der Protagonist und ist weiblich. Sieben Punkte. Ist Clementine der Protagonist? In einem der Spiel ist schon. Sieben Punkte. Der Charakter, also beziehungsweise wir wissen ja mittlerweile, sie ist weiblich, ist asiatisch-afrikanisch... Braum. ...Clementine sein. Dann ist das jetzt die Hauptcharakterin aus Nier Automata. Äh, nein. Nicht Nier Automata. Sie ist asiatisch-afrikanisch-amerikanischer Ethnie. Mein Gott. Ich sag jetzt Clementine. Das ist Clementine. Ha, 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 ha. Sieben Punkte nochmal für Jay. Keine Jason-Punkte für euch. Für Jay. Ich hätte drücken sollen einfach. Siehst du, das haben wir wieder gelernt. Ich hab gerade echt gedacht, Junge, drück doch. Musst du aber drücken. Ja. Schade. Das macht halt den Unterschied aus. Sie hat leider beide Eltern verloren, wird von Melissa Hutchison geschauspielert. In einem Spiel wird sie doch nicht acht Jahre älter. Das gibt doch bestimmt irgendeinen Teil, wo die innerhalb der Kapitelung... Den hab ich nicht mehr gespielt. Ja, guck mal. Ähm, hat ein Freund namens Lee, aber das ist doch am Anfang. Ich hab keine Ahnung. Ja. Oh, jetzt Spoiler, ne? Äh, sie hat ein Freund namens Lee, muss diesen aber im Verlauf des Spiels töten. Das Spiel basiert auf einer US-amerikanischen Fernsehserie. Der Charakter liebt in einer Zombie-Apokalypse. Bam. Ja, nehm ich. Das war das Videospiel-Charaktere-Quiz. Das kannst du nehmen. Hast du auch gut abgeräumt. Ja, aber wirklich. An die Speerspitze gesetzt. Folgt von Dennis mit 39, Peter mit 16. Ich danke nochmal vielmals, äh, Jule, beziehungsweise Juli 1401, dass du es vorbereitet hast. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.